Gibt zwei Leute überfahren. Echt geil. Alter. Das ist ohne Scheiß-Carry, Alter. Komm mit! Das kommt der! Ey, das ist so kacke, Alter. Werde hier beschossen! Ich hab auch keinen. Hier ist dein Ziel! Ich muss ihn machen. Nein. Werde beschossen! Hier ist dein Ziel! Das geht nicht in, Alter. Schon besser! Deine Ziele zum Ziel. Das nennt man dann Sieg! In der Lobby mit 40 Spielern. Eie, Mann. Sieg ich! Sind im Anflug, Position raus. Ein Haken oder ein. Gehen wir gleich mal mitstecken, Alter. Hier kommt der Haken. Jetzt weiter, wenn sie immer das richtig verdient haben. Eie, Beams! Nein! Oh, schade! Unter den besten Fünf! Holt euch den Sieg! Oh! Oh! Alter! 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 Oh mein Gott! Alter! Das macht geil! Oh mein Gott! Ist denn jede Runde so... Deswegen sind wir gebanzt, Digga! Alter! Wie gesagt, die Fahrzeuge taktisch konserviert, Alter! Hier kommt der Haken! 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 Haken! Das war geil! Der konnte mich ja nicht mal durch die Frontsteife tricken... Und da irgendwie keiner Raketenwerfer spielt, Wir hatten ja irgendwelchen Leads immer mal noch einen Raketenwerber dabei, dann lässt halt dich nicht raus gewesen. Das schwächste Glied schon wie der Alkohol hier den Witten und mir wird sogar die Pistole weggenommen. Ja, wir haben auch drei Leute dabei, nur die Gewalt. Hey, hey, der Machinist, ey, der genau richtig ist, der Schlauhr. Okay, warte, ich check das jetzt mal ab.